Hallo, ich bin Mike, euer Produktmanager von der Firma GEBO. Heute erzähle ich euch mal etwas zu unserer Produktreihe GEBO G316. Die Produktreihe G316 beinhaltet unter anderem Edelstahl-Schraubfittings. Edelstahl daher, weil der Werkstoff eine sehr gute Korrosions- und Säurebeständigkeit hat. Dieses ermöglicht natürlich größere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel ein Tempagus-Klemmfitting. Unser Sortiment umfasst unter anderem Fittings, Nippel in verschiedenen Größen und Längen sowie Kugelhähne. Die Kugelhähne starten bei ganz normalen einteiligen Kugelhähnen bis hin zu dreiteiligen Kugelhähnen mit Anschweißenden. Unser gesamtes Programm, der GEBO G316 Baureihe, findet ihr bei uns im Katalog oder auf der Website. Solltet ihr weitere Fragen zu unseren Produkten haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Bis bald!